Der coolste Podcast. Einfach Musik machen mit F.L. Flo. Ich danke dir. Oh Mann, ey, vielen Dank. Ja, dann herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Einfach Musik machen. Ich bin heute hier nicht alleine, sonst bisher mal DJ Zedir und Philipp mit dabei. Heute habe ich hier zwei neue Gäste und zwar den Künstler DJ Zadonic und Votions, welche beide zusammen einen Track komponiert haben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier mit dabei seid. Ja, das war ein bisschen auch spontan. Der ist gestern angekommen und der wollte aber zu viel trinken. Weißt du, das ist genau das Problem. Stimmt überhaupt nicht. Ja, genau. Deswegen können wir vielleicht nicht genau eine Profi-Aufnahme machen, weil wir voll verrückt schon sind. Ich glaube, Federico meint, wir haben schon ein Bier getrunken. Ein Bier? Ja, das war ein Bier. Ja, ein Bier, ja, sicher. Nein, aber ich bin noch... Frei nach dem Motto, ein Bier ist besser als kein Bier. So genau. Nein, aber ich bin auch auf jeden Fall aufnahmefähig. Alles gut. Das ist doch sehr gut. Solange ihr ein paar Worte zusammenkriegt, passt das schon. Nee, alles gut. Federico ist auch jetzt nicht so, wie er sich darstellt. Alles gut. Doch, doch, doch. Alles super. Ich habe gerade schon mich im Vorhinein so ein bisschen erkundigt zu euch und so ein paar Sachen mal geschaut. Und da ist mir tatsache aufgefallen, dass ihr schon recht lange mit dabei seid. Also ihr seid jetzt ja auch nicht mehr ganz die Jüngste, ihr seid ja schon länger in der Musikbranche drin. Und ich würde jetzt mal irgendwie interessieren, wie waren so eure Anfänge? Ich meine, ihr kommt ja dann doch wieder ein bisschen aus einer anderen Zeit. Das ist ja dann doch nicht mehr jetzt die aktuelle Generation, die gerade hier hantiert und schon direkt die ganze Software mit am Start habt. Wie habt ihr angefangen? Was waren so eure Anfänge? Weißt du was? Ich, wie sagt man, ich würde das nie, wie sagt man, ich hätte das nie gedacht, dass ich als Oldschool-Referenz gesprochen bin. Weißt du also, ja, aber hast du recht? Ja, seit 17 Jahren. Alter, wir sind älter. Also ich mache seit 2008 Musik und ich bin, ja, eigentlich 2007 und ich bin über Remix-Contests von Sal Dweller. Das ist ein amerikanischer Produzent, der auch ein Label hat. Der hat früher Remix-Contests gemacht und darauf bin ich dann eben durch Zufall dazu gestoßen irgendwie und habe da gerade mit Cubase hantiert am Anfang und wusste überhaupt nicht, was ich tue und habe da Erfahrung gesammelt. Aber das ist wirklich jetzt schon 13, nee, warte mal, 2007, das ist 14 Jahre her. Wahnsinn. Das heißt, du hast da dran teilgenommen an dem Remix-Contest? Genau, die ersten Remixe, die waren mehr schlecht als recht, die wurden nicht mal auf die Seite hochgeladen. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, komm, beim nächsten Mal gebe ich mir noch ein bisschen mehr Mühe und habe dann auch gewonnen, also wurde dritter und dann den nächsten habe ich dann gewonnen und das war dann für mich so mein Anfang quasi. Und lustigerweise über diese Community, Fixed heißt das Label, habe ich dann auch über Umwege Jahre später den lieben Federico ja an meiner Seite kennengelernt. In Sal Dornik, übers Internet, genau. Und so habe ich eben angefangen. Wie du angefangen hast, weiß ich gar nicht. Ja, das wäre eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Nein, also ich bin einfach mit, ich hatte seit viele, viele, viele Jahre immer eine Verbindung mit Musik. Also als Sal Dornik tatsächlich, thank you, Jesus Christ, also grundsätzlich, würde ich sagen, seit 2004, also das war genau das Jahr, das war nicht die erste Lieder, als Sal Dornik gemacht hatte. Aber, ja, ich würde sagen, seit ich drei Jahre alt war, hatte ich schon Synthesizers und so weiter. Also natürlich, das war nicht genau Musik, aber das war immer, Alter, Alter. Ice and Prophet 10. Ja, natürlich, wäre schön, wäre schön. Ich könnte einfach nichts anderes machen. Das war für mich wie Essen und Trinken. Also noch nicht trinken, aber weißt du, das war einfach... Das war eine Lebensgrundlage für dich. Ja, ja, es gibt, die Leute vom Sequential hatten mir das auch gefragt. Also es gibt einen, wie sagt man, Eureka-Moment. Also ab wann hast du genau gemerkt, dass du Musik machen sollst? Also ich sagte einfach, keine Ahnung, das hat immer passiert. Ich war immer mit Musik verbunden, aber lieber mit Sounddesign als Musik. Aber das habe ich nur später gefunden. Also es war mir mehr interessant, zum Beispiel Flangers, Facers oder Delay zu hören, als ein Typ, der Klavier spielen könnte. Also ich habe trotzdem immer natürlich Respekt für die echten, wie kann man sagen, die echten Musiker, nicht die echten Spiele. Das Handwerk, Musiker, also die Instrumente spielen. Genau, aber ich war ein bisschen mehr... Sounddesign. Genau. Produzieren. Genau. Es ist mir immer interessant, zum Beispiel, wenn ich... Also meine Musik ist mehr in die Richtung Trent Reznor als Jordan Rudess. Weißt du, was ich meine? Ein bisschen mehr Noise, Industrial. Genau. Ein bisschen mehr Effekte, weniger... Das ist mir zu viel. Das finde ich nicht interessant. Also es sei es trotzdem, natürlich. Die sind beide unterschiedliche Expressions. Wie sagt man? Expressionen? Nee. Andere Art von Musik eben. Andere Art von Musik eben, ja. Genau. Ich merke schon gerade, ihr seid dann irgendwie anscheinend ja doch dann auf einen Nenner gekommen, in dem ja den Track Bring Back to Glory. Bring Back to Glory. Ja, die Glory haben aber wir nicht mehr backgebracht. Seitdem nicht mehr. Das ist seit langem schon verloren. Federico ist aber ein geborener Tiefstapler. Er hat durchaus schon einige geile Sachen danach gemacht. Was meinst du? An Tracks. Nein, weil du dir sagst, wir haben die Glory nicht zurückgebracht. Du hast die Glory auf jeden Fall zurückgebracht. Nein, 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 nein. Die Glory ist verloren. Wir müssen neue Dinge suchen. Keine Glory mehr. Das heißt, ihr habt dann schon irgendwie gemerkt, dass ihr das beide gleichzeitig irgendwie gut findet. Wie hat sich das so ergeben? Also saßt ihr beide im Studio und habt irgendwie überlegt, was können wir machen oder wie seid ihr da so rangegangen? Also ehrlich gesagt, Federico hat mich zu dem Zeitpunkt, wir hatten Kontakt eben gesagt, wie gerade erzählt, über Fixed irgendwie so im Internet hatten wir so ein bisschen Kontakt und kannten uns halt. Und er hat jemanden gesucht, der Gitarren für diesen Track einspielt. Und ehrlich gesagt, hat er auch das meiste an diesem Track gemacht und ich hab dann halt die Gitarren reingeballert und ihm geschickt. Genau. Wir müssen noch ein, wie sagt man, der, die, das Collab. Collab? Also der, die, das. Die Collab? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Genau. Was wäre die, wie sagt man, die Art? Die Zusammenarbeit. Die Collab. Der, die, das. Ja, die Zusammenarbeit. Genau. Einfach die Zusammenarbeit. Wir müssen noch eine echte Collab machen, also die. Wo ich nicht nur Gitarren mache, sondern vielleicht mal zusammen im Studio. Aber das ist halt eben nicht passiert. Ich hab ein paar Remixes von ihm gemacht, aber mehr auch. Ja, wir müssen das noch machen. Also der hat eine super Stimme, weißt du? Also der singt so, so schön und lieb. Ja. Ja, und jeder liebt deine Stimme, Alter. Wir müssen genau was. Ja, also ich wollte ja eigentlich heute. Kannst du für mich singen? Nee, aber ich wollte ja heute eigentlich was machen, aber er hatte heute keinen Bock. Ja, nee, das passt nicht. Weißt du, was ich gesagt hatte? Also ich bin fake. Ich kann keine Musik machen, deswegen, das musst du nicht sehen. Okay, er hat nur Angst. Nein, nein, nein. Ich hab keine Angst, ich hab einfach keinen Bock. Also ich wollte nur... Nee, ist auch okay, das ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass man... Genau, weil du gerade gefragt hast, wie die Zusammenarbeit lief, saß man zusammen im Studio. Es gibt so Tage, da ist man mit jemandem im Studio und dann funktioniert es einfach nicht und das muss man einfach akzeptieren. Das hat bei mir nur informiert. Genau, und er hat heute einfach keinen Bock und das verstehe ich auch vollkommen. Keine Lust. Genau, weil ich verstehe das vollkommen, weil ich hab auch nicht immer Bock, Musik zu machen. Verstehe ich. Und gerade, wenn du dich so verabredest für Collabs und du dann wirklich zusammen Musik machst, dann manchmal ist das wirklich so ein Zwang und es funktioniert einfach nicht und dann sind alle einfach nur traurig danach. Es funktioniert halt nicht immer. Und ich war in erster Linie eh nur hier, damit wir immer wieder ein bisschen abhängen. Also für mich ist es immer besser, weiß nicht, es gibt immer Leute, die das lieben. Ich kann das aber nicht. Also ich wollte immer lieber die Collabs getrennt machen. Und dann kann ich selber meine Sachen machen, meine Dinge machen, meine Riffs, weiß nicht, Keywords, weiß nicht, Geräusche, Neuses, mein Neuses, meine Geräusche machen, meine verrückten Dinge machen. Dann schicke ich alles zu Woichens oder, weiß nicht, ja genau, wer Lust hat. Und dann kann er machen, genau, was er will. Und dann muss es nicht, also ich bin ein bisschen zu, also jeder hat seine, wie sagt man, seine, nicht Workflow, wie sagt man, everyone has their Pros and Cons. So, genau, also ich bin ein bisschen manchmal, ich will immer was kontrollieren. Und ich kann das, ich weiß, ich bin kein Control Freak, also, aber ich weiß schon, dass ich ein bisschen. Du hast mir schon gerne die Zügel in der Hand und du bist schon so ein bisschen. Also ich weiß also ganz genau, was du willst. Genau. Du hast schon so eine Vorstellung. Ich wollte einfach eben nicht verarschen. Was heißt das? Ich wollte eben nicht, nein, nicht verarschen, ich wollte das nicht sagen, nicht verarschen, wie sagen wir das? I don't wanna piss you off. Auf die Nerven gehen. Genau, genau. Das ist aber überhaupt kein Problem. Ich, genau, so, ich sage immer, es ist besser, wenn ich, wenn ich selber meine, wie sagt man, meine Ideen, ähm, wie sagt man, develop? Entwickeln. Entwickeln kann. Und danach kann er vielleicht, ähm, die bekommen und dann kann er machen, was er will und ist mir egal. Ich akzeptiere alles, was er mir bringt, also ich vertraue, ich vertraue Daniel. So, der ist auf jeden Fall ein super, super guter Freund. Der ist meine, der ist meine Familie. Siehst du? Siehst du? Oh, okay. Das heißt, quasi, man kann sich so ein bisschen vorstellen, du magst es so ein bisschen mehr, wenn jeder seinen Teil macht und dann ergänzt sich das so ein bisschen. Aber jeder kann trotzdem für sich entscheiden, in welche Richtung der Track geht, ne? Genau, genau. Und das finde ich immer besser. Das habe ich auch vom Justin Counter-Strike gelernt. Wir hatten schon ein paar Collaps gemacht, also viel mehr, also nicht mehr leider, also weiß nicht warum, wir haben das einfach nicht mehr gemacht. Wir sollen auf jeden Fall mehrere Tracks machen. Aber der hat immer gesagt, zum Beispiel, der gab mir Ideen und wenn das für meine Releases wären, dann würde ich alles fertig machen. Und wenn das für seine Releases wären, dann, ach Gott. Like I said, I need some patience. I'm still learning the German Jesus. Alles super. Also, like, what I'm trying to say is, when he sends me his Ideen and they are supposed to be in my Releases, then I finish them, because it's my album. When it is his album, then I send him my Ideen and I just let them finish. Und dann, also, ich lasse es losgehen. Das finde ich immer einfach. Und du lässt es fertigstellen für ihn. Ja. Weil ich, vielleicht kann ich das nicht immer mögen, vielleicht ist das nicht genau, was ich machen soll. Was ich machen wollte. Aber trotzdem, das ist sein Release. Und wenn das mein Release ist, dann kann er das auch loslassen. Also, das ist genau ein bisschen die, wie sagt man, die Agreement. Einverständnis. Einverständnis. Das Einverständnis. Ja. Genau. Okay, das ist tatsächlich eine gute Herangehensweise. Also, dass man irgendwie sagt, der eine baut den Track. Und wenn man sagt, ja, okay, das ist jetzt mein Teil, ist für dein Album, schicke ich dir den Track. Du stellst ihn für dich fertig, so wie er dir gefällt. Und dann ist das für das Album von der jeweiligen Person. Also, das finde ich eine, ist durchaus sinnvolle Herangehensweise. Ist auch schneller. Jetzt ist mir aufgefallen, darauf wollte ich euch auch nochmal ansprechen. Gerade auch bei dir, Sardonic, war das ja echt groß. Du bist jetzt auch auf Instagram, auf anderen Social Media Plattformen mit einer Website. Also, da ist ja das Branding wirklich und auch diese Selbstvermarktung wirklich ein großer Teil von dir. Wie hast du dir dieses Selbstbild so ein bisschen aufgebaut? Also, wie betreibst du dieses Marketing? Wie machst du das? Das wäre eine komplizierte Frage. Also, das ist einfach... Auf jeden Fall. Also, ich habe die Maske zum Beispiel, das war... Am Anfang war das nicht da. War die nicht da. Das war immer eine Idee. Also, das kam einfach von meinem Logo, der, das Logo. Also, das kam von meinem Logo. Und, also, ich dachte immer, ja, mein Logo ist ein bisschen wie ein Gesicht, ne? Also, deswegen soll ich einfach eine Maske tragen. Eine Maske, die genau mein Logo hat. Also, weil das macht nur Sinn. Und ich liebte immer... Also, für mich, Branding war immer sehr, sehr interessant, weil die Künstler, die ich immer erinnerte, waren immer die Künstler, die große Marken hatten. Zum Beispiel Spore. Spore hatte immer dieses Logo mit dieser, wie sagt man, Deadmau5 zum Beispiel. Daft Punk. Daft Punk oder einfach auch alle die Metalbands, also Behemoth, Slipknot. Das fand ich immer super. Kiss, also, das war mir mega. Weißt du, also, es gibt natürlich viele Leute, die sagen immer noch, also, das ist nur ein Gimmick. Und ich denke einfach, ich mag, was ich mag. Ich mach, was ich will. Und ich will diese Maske tragen. Weil das cool sieht aus. Ja, auf jeden Fall. Weil das cool aussieht. Ich meine, man verbindet dich auch enorm stark mit dieser Maske. Also, du bist ja recht selten ohne die Maske wirklich öffentlich. Ja, also, weil ich will kein Mystery haben. Weil das ist genau mir sehr wichtig. Ich will, wie sagt man, ich, I want to separate myself from the show. Also, du willst dich so ein bisschen, ja, abspalten von dir selbst und so ein bisschen von der Öffentlichkeit. Genau. Also, zum Beispiel, wenn ich die Maske jetzt trägte, trägte, sagt man? Also, trägte. Tragen würde. Tragen würde. Dann würdest du mich so hören. Und dann ist es ein bisschen komisch. Was machst du nicht bei Podcast? Weißt du, was ich meine? Also, es macht keinen Sinn. Deswegen, ich will immer, ich finde auch, es gibt immer einen Unterschied zwischen der Federico, der Tontechniker, der Muzikproduzent, der, und Zadonik. Genau. Das sind wie zwei Personen. Ja, der eine ist so ein bisschen der Produzent, der andere ist der Performer, ne? Genau. Genau. Ich finde das auch immer wichtig, weil ich will, wenn ich an eine Show gehe, wenn ich an eine Show gehe, wenn ich nach einer Show gehe, wie soll man das? Wenn du eine Show verlässt? Ja, wenn ich an eine Show gehe, wenn ich ein Konzert besuche, also ich will eine Show sehen. Das macht mir keinen Sinn, wenn jemand nur mit einem Hoodie ist. Also, zeig mir was, zeig mir was von dich selber. Also, ich denke auf jeden Fall, wie sagt man, your look is also your expression. It is part of your art. I don't think it makes any sense, like if someone is coming here with shorts and sandals and a T-shirt. Also, das finde ich komplett uninteressant. Also, ich will was sehen. Ich finde das immer sehr, sehr wichtig. Auch zum Beispiel, also, du kannst das auch finden, zum Beispiel mit vielen Bands, die genau das haben. Was machst du da? Also, der versucht, Bilder zu machen. Der Wojcens jetzt. Hey, hast du eine super Kamera? Das ist sehr schön. Naja, der Wojcens hat jetzt auch ein paar Bilder gemacht. Sehr schön. Gleich für Instagram. Wieder Branding, Marketing. Ja, genau. Und dann, also, du kannst auch viele Bands, zum Beispiel wie Nirvana, finden. Also, dann kannst du merken, genau wie alt ich bin. Nirvana. Jesus Christus. Also, der Corcoran ist seit 20 Jahren schon tot. Fast 20 Jahre. Puh, das war so traurig. Aber genau, das war genau seine Philosophie. Sie waren ein bisschen mehr, ist uns egal, also einfach Jeans und T-Shirt. Aber das war genau, auch wenn sie, wenn das, even if that was not their intention, they created a look. Also, es gibt immer eine Verbindung zwischen dem Look und der Musik und den Styles. Also, das ist einfach, it's impossible to forget this. Und natürlich ist mein Look nicht genau Drum'n'Bass, aber ich will nie genau Drum'n'Bass sein. Ich will einfach Zardone. Ich will ein bisschen Metal, ein bisschen Industrial, ein bisschen Drum'n'Bass. Einfach Musik, was ich fühle. Also, ich denke, dass Musik ist einfach eine Übersetzung von Feelings. Auf jeden Fall. Ja, also, wenn ich sauer bin, dann ist meine Musik ein bisschen härter, oder härter? Härter. Härter. Wenn ich glücklich bin, dann ist meine Musik ein bisschen mehr Soma, weißt du? Na, das ist schon eher immer rau. Nee, 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 du kannst das auch merken. Medium rau und wenn er sauer ist, ist er richtig rau. Genau. Wenn er glücklich ist, ist er so medium rau. Ja, ja, das ist genau auch mein Problem. Also, weißt du, ich habe andere, wie sagt man, andere... Das ist so gut. I have another measuring standard. Weißt du, wie sagt man, also, another scale. Also, zum Beispiel für mich, soft wäre zum Beispiel wie Takeover. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist echt, echt so heavy. Nee, das ist nicht heavy. Ich kann dir echt heavy zeigen. Also, zum Beispiel, ich habe ein Cover gemacht von dieser mexikanischen Band, Bruderia, sagt man auf Spanisch, auf Deutsch, Bruderia, Bruderia, keine Ahnung. Also, sie machen Grindcore, sie reden über Satanismus und Kokain, weiß nicht, sie singen echt verrückte Leute, weißt du. Und ich habe ein Cover von dieser Band gemacht und das war echt, also, das war voll verrückt. Und es gibt viele Leute, die das nicht hören können. Aber, ja, das ist ein anderes Teil von mir. Also, keines, das da nichts muss, keine Kokain, nur genau die Energie von der Musik. Ja, verstehe ich, ja. Also, so ein bisschen, das merkt man auch bei dir immer ein bisschen, die Einzigartigkeit. Also, ich finde, ich habe so eine Kombination, Tatsache, noch nicht wirklich gesehen von den Genres, die du so miteinander verbindest und mischst. Das ist, weiß nicht, gibt es da noch was anderes auf dem Markt, was damit vergleichbar ist? Ja, also, auf jeden Fall nicht. Das Problem ist, es gibt keine Szene, die das, wie sagt man, there is no thing to support it. Was, was ich meine? Es ist schon sehr sparten Musik im Drum-Bass-Projekt, was du machst. Also, gerade mit Gitarren und Rock. Ja, aber das kommt, aber es gibt viele jetzt, dass sie das machen. Also, Moss zum Beispiel hat das auch gemacht. Pendulum ist natürlich ein gutes Beispiel, eher so Rock, wobei es ja auch sehr poppig ist bei denen, aber so in der Art, wie du es machst, ist es tatsächlich schon sehr einzigartig. Ja, aber das ist mir auch okay, glaube ich. Das ist ja perfekt, also, wenn du so eine Nische gefunden hast, für dich ist es ja optimal. Ja, aber ich wollte lieber eine Szene haben. Ich wollte eine Szene haben, das nur genau für Metal, Drum und Bass ist. Das wäre super. Ich wollte ein super, super, wie sagt man, ein Der-Di-Das-Festival. Ein Festival. Also, ein großes Festival. Ich wollte ein großes Festival machen. Natürlich, also braucht man immer noch mehr Geld. Also, es gibt immer natürlich, du findest viele, die alle Music-Styles haben, einfach so ein bisschen vom Metal, ein bisschen vom Hardcore, ein bisschen vom. Aber ja, wie du gesagt hattest, also genau mein Art, ja, ich finde nicht viele. Vielleicht bist du ja auch so ein bisschen dann einfach der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Gründer dieses Genres oder Szene. Also quasi vielleicht erschaffst du ja oder bist du ja dabei, diese Szene so ein bisschen zu bilden. Also, wenn es das vorher noch nicht gab. Das wäre interessant, aber wegen Corona. Ja, ja. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig, ne. Aber ja, natürlich, wenn das möglich wäre, dann würde ich immer dabei sein. Also, aber momentan arbeite ich lieber, weißt du, was ich jetzt genau liebe, Musik für Videospiele zu produzieren. Das finde ich so viel besser. Das bringt mich... Videospiele. Ja, das bringt mir mehr Freiheit. Videospielmusik? Ja, weil du brauchst einfach ein Konzept. Zum Beispiel hast du verschiedene Stages, also, weiß ich nicht, Wasserwelt, Feuerwelt, du weißt, was ich meine, ne. Ja. Deswegen ist die Musik ein bisschen mehr, es ist nicht so ähnlich. Verstehe. Das ist was anderes mal. Genau, genau. Du kannst dich mal austoben in einem anderen Gebiet, das dir noch nicht so bekannt ist. Nicht immer Drum'n'Bass oder nicht immer Distortion, das bringt mir zu viel mehr Freiheit. Ich kann das nicht merken, aber das ist, das finde ich besser, diese Tage. So bist du so ein bisschen vielleicht auch, ich sag mal, dadurch, dass du dann vielleicht auch so eine Szene vielleicht hast und du siehst, okay, es ist jetzt eine Unterwasserwelt, hast du vielleicht auch eine andere Inspiration oder Vorstellung wahrscheinlich, ne. Weil man ist ja durchaus ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, dann limitiert, weil man ja weiß, okay, ich will irgendwas in die Richtung machen, was zu diesem optischen Bild von dem Spiel irgendwie dazu passt, ne. Genau, genau. Und das finde ich so einfach zu tun, also, ich muss einfach ein bisschen Concept Art gucken, dann bin ich, dann ist alles fertig, also, ich kann, ich kann genau hören, ähm, ich kann schon Musik hören, wenn ich ein Bild sehe. So, es ist, es ist ja viel, viel einfacher, so, das, das gar nicht so, so, ich sag mal, das kann ich schneller machen und, ähm, was ist das, das finde ich einfach mehr interessant. Das war auch ein Traum von mir, äh, oder einen Traum von mir. Für so Videospiele Musik zu machen? Ja, auf jeden Fall, seit, äh, ja, 30 Jahre schon. Also, ich, ne, auf jeden Fall, also, ich bin schon 35, also, als ich sehr, sehr, sehr jung war, ich liebte schon die Musik von Videospielen und es, weißt du, es gab immer, ähm, alle unsere Eltern waren immer so, so besorgt. Und diese Musik klingt so ein bisschen wie, so zu, Computer, die machen unsere Kinder dumm und das ist so gefährlich. Und dann, also, denkt man nach, auch Metal, so, Metal, Satanismus, das ist das, ich hab die ganzen Dinge auch, ähm, wie sagt man, erlebt. Erlebt, ja. So, I, I, I lived through it, is that how you say it? Wie sagt man erlebt? What does that mean? Ertragen vielleicht in den Zusammenhang. Ja, ja, tragen, so, so. Die Vorurteile vielleicht. Ja, überlebt auch. Überlebt sogar. Ja, auf jeden Fall. Alter, das war so. Also, denk mal nach ein bisschen, wie das hier war und dann mach eine, wie sagt man, Vergleichung, Vergleichung? Sagt man das, wie sagt man, das Vergleich ist? What is the word? Make a comparison. Einen Vergleich machen. Ja, dann kannst du einen Vergleich mit Venezuela machen oder Südamerika. Alter, das ist noch, noch, noch mehr. Viel mehr katholik. Weißt du? Katholisch. Katholisch, ne? Ja. Also, äh, ja, thank you. Sehr streng, streng katholisch. Ja, das war immer geil. Boah. Aber es ist eigentlich, ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Ich denke auch für viele jetzt, auch gerade, die vielleicht den Podcast hören, dass man vielleicht auch, wie du es gerade auch beschrieben hast, worüber ich gar nicht so deuer nachgedacht habe, aus Bildern irgendwelche Inspirationen für die Musik nimmt. Weil das ist ja nochmal dann so ein anderer, so ein anderer Startpunkt, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist unsere, wie sagt man, our senses? Auf Deutsch, our senses? Ja, unsere Sinne. Unsere Sinne sind immer verbunden. Also, auch noch mehr für viele Leute. Ich kenne auch viele Leute, die sind ein bisschen mehr, wie sagt man, Synesthesia. Wir haben diese, also Synesthesia ist eine Kondition, wenn du eine echte Verbindung zwischen allen deinen Sinnen hast. Also, wenn du was siehst, dann kannst du sofort was hören, aber richtig hören. Also, ich meine nur, ich kann vielleicht nachdenken, ein bisschen, wie die Musik sein soll. Nein, es gibt Leute, die genau was hören können, die genau was schmecken können, die genau was riechen können. Beeindruckend. Ja, beeindruckend. Das ist sehr, sehr interessant. Ich kenne schon Leute, die mir Inspiration geben. Aber, also, in meinem Fall ist einfach, oder in meinem Fall ist einfach, ich kann basieren und ich kann sofort nachdenken, wie die Musik sein soll. Also, das ist natürlich auch meine eigene Vision, meine eigene Vision, meine eigene Vision. Das ist nicht meine eigene Vorstellung, genau. Also, jeder hat seine eigene Vorstellung. Und, was ich interessant finde, also, du sprichst jetzt auch über Inspiration, wie man inspiriert sein kann. Ich habe mal gelesen, wie sagt man, Inspiration wird dich, Inspiration will find you when you're working. Wie sagt man das? Inspiration findest du, wenn du am Arbeiten bist. Ja, wenn du arbeitest, genau. Genau. Also, was das meint, ist einfach, wenn du keine Inspiration hast, dann musst du einfach deine Instrumente spielen. Mach Geräusche. Geräusche, ne? Es kommt einfach mit dem Rumspielen, bei dem Produzieren. Ja, wenn du keine Lust hast, also, wir machen das aber trotzdem heute nicht, bitte. Aber, aber, nee, nee, ich will heute, ja, genau. Also, für andere, für unser nächstes Treffen, oder für unser nächstes Treffen, das Treffen. This is what I mean. I'm still not 100% there with the article, so, but, also, vielen Dank für, für deine Geduld. Alles super. Wenn du keine Inspiration hast, wenn du keine Lust hast, und du willst einfach keine Musik machen und musst Musik machen, weil so muss es sein. Also, das ist auch wichtig zu wissen. Du musst auch genau merken, ob du Musik als Arbeit haben möchtest, weil das ist ein anderes Ding, das ist ganz andere, also, wenn, es gibt viele Leute, die sagen, ne, Musik soll immer nur, äh, Kunst sein, und, äh, muss kein Sellout sein. Alter, wenn du, wenn du deine Musik nicht als Business hast, dann hast du schon die Game verloren, verloren. Also, deine Musik soll auf jeden Fall ein Business sein. Auf jeden Fall. Wenn nicht, dann kannst du nicht von Musik, äh, äh, deine Miete teilen. Also, es ist immer sehr schön, underground zu sein. Ich bin immer underground, denn deine Mutter zahlt deine Miete, ne? Oder bist du einfach, äh, wohnungslos oder arbeitslos? Das ist sehr wahr. Das ist wirklich, äh, es ist, oft wird man schnell kritisiert, wenn man mal sehr, was Mainstreamiges oder Poppiges ausprobiert und so. Ich will Mainstream sein halt. Nein, ich meine, ich rede von der Allgemeinheit. Ja, 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 ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, das ist Pop. Aber ich wollte trotzdem. Ja, ja, eben. Ich meine, ich meine nur, dass andere, die im Underground eben sich bewegen, immer dann kritisiert werden, sobald mal irgendwas sehr Poppiges drin ist, äh, was ist ein Sellout? Das ist absoluter Quatsch, weil man sollte immer das machen, worauf man Lust hat. Und Musiker, die wirklich Erfolg haben und dann sagen, äh, ich würde es nie wegen Geld machen, die, ich finde, da ist es immer nicht so ganz sicher, weil, äh, also, wenn du an einem gewissen Punkt bist und davon lebst, dann ist auch immer ein bisschen ein Kalkül dabei, was du machst. Und gerade wenn du... Ja, da verschwimmt wahrscheinlich auch ein bisschen die Schwelle, ne, so. Genau. Und ich finde immer das sehr, also, ich bin auch niemand, der sagt, äh, die Musik ist total doof oder das ist total blöd, hey, ist vielleicht nicht mein Ding, aber gerade auch im Pop-Bereich... Gieß aber doof. Ne, ne, ja, genau, man kennt's so halt, aber es ist total, also, ne, ne, ich weiß. Wenn Musiker sich immer hinstellen, die offensichtlich sehr erfolgreich sind, ich mach's nur für die Musik, dass es vielleicht bei der Hälfte war oder bei wenigern, aber... Ja, also, es schwingt immer Business mit. Jeder, jeder mit sein Ding, aber, wie gesagt, also, es gibt Musik für jeder. Ja, aber auf jeden Fall, also, genau die ideale Situation wäre, ähm, äh, also, ich will natürlich nicht meinen, äh, eigener Style verloren, ne, also, ich, 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 ich will trotzdem meine, ich will trotzdem die Musik, ähm, ich will trotzdem die Musik machen, die ich liebe. Also, es ist nicht, das ist, also, ich meinte nicht zum Beispiel, also, du sollst das dann was anderes machen, Geld zu verdienen, dann, dann, das kommt raus, das kommt einfach nicht raus. Also, ich habe das schon versucht, zum Beispiel mit dieser Dubstep-Wave, also, ich, ich kann... Nein, aber das, das meine ich auch gar nicht, ich sag, ich sag nur... Ich weiß, ich sag da nur. Ja. Ja, klar. Ich mein, ich mein, ich mein, ich mein, ich mein, ich mein, wenn man was Neues probiert ist, wird dir vorgeworfen, dass du dann, äh, das nur machst, weil du jetzt fett gelb Ach so, ja. Also, das ist nicht... Dass man da so ein bisschen auf der Welle mitschwimmen will, ne? Ja, das ist... Zum Beispiel, der Borchens hier hat, also, ganz andere, ganz, ganz anderes probiert, der ist jetzt, äh, der macht, der macht Werbung. Ja, ich mach Werbung. Ja, also, bitte hören Sie mal, äh, seine Werbungsstimme, bitte. Oh, ja, das, das war großartig, hatten wir jetzt hier schon vor dem Podcast, Bühne frei, bitte. Ja, aber was soll ich denn sagen? Also, keine Ahnung, sag, was du willst. Dann mach ich jetzt, ich mach jetzt, ich mach jetzt Werbung für Sardonic. Ja, genau. Live hier, okay. Hört jetzt Sardonic. Sardonic macht Musik mit Gitarren, Metal und Drum'n'Bass. Sardonic. Sardonic.net. Oder wie? Jetzt kaufen. Jetzt hören. Ne, das ist total... Großartig. Wir können damit einen ganzen Podcast füllen, also ich... Ne, das war jetzt, äh, keine Ahnung. Naja, so, ähm, war vielleicht ein bisschen cringe, aber es ist auch egal. Ich fand das nicht cringe, also, ich fand das einfach, also, also, wenn du Talent... Talent, kann man das sagen? Wenn du Talent hast? Ne, natürlich. Ja, Talent. Wie sagt man das auf Deutsch? Talent. Ja, doch hast du Talent. Alter. Das ist unangenehm. Tschüss. You are... Ja, alles klar. You are too hard with yourself. Also, genau, was ich sagen möchte, ähm, war einfach, ähm, wenn du was machen kannst, und dann sollst du auf jeden Fall, ähm, wie sagt man, einen wegfinden, ähm, wie sagt man, davon Geld zu verdienen, davon zu leben einfach. Davon zu leben einfach. Das ist immer der Traum. Ja. Du hast eine Leidenschaft und kannst davon leben. Ja, aber das muss kein Traum sein. Das muss einfach, also, wir sind, ich, ich, ich finde... Mit Leidenschaft kommt das aber ganz automatisch. Wenn du genug Leidenschaft und... Genau. ...und Lust hast, dann kann man das auf jeden Fall schaffen. Muss einfach Bock haben. Also, der, der Chris Lor-Alge hat das gesagt. Also, natürlich, der Chris Lor-Alge ist ein Typ, der viel, viel mehr Geld als, ähm, nur Rhein-Westfalen hat. So, der, 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 der hat in einer Interview gesagt, also, how bad do you want this? Und das ist genau die Frage. Also, was willst du genau? Es gibt einen Unterschied zwischen Inspiration haben und, ähm, und, äh, wie sagt man, und, äh... How do you say? There is a difference between having inspiration or having to work. You know what I'm saying? Like, ähm, like there's, if you say, oh, I'm waiting for inspiration to finish a track, because if I don't have inspiration, then I cannot make music. Your label is gonna be on your ass saying, we paid you for this album. You have to deliver an album. Genau. Also, wenn die Musik ein Business ist, ähm, dann ist das nicht mehr, also, ich muss, äh, ich muss, äh, ich hab keine Inspiration mehr. Ja, es ist nicht genau. Also, du musst Musik machen, weil du... Du musst dann quasi die Idee auch, oder die Inspiration, ich glaub, das würdest du dann mal sagen, so umsetzen, ne? Genau, und die Sachen rechtzeitig vor allem, weil du hast viele Deadlines, sobald du irgendwie professionell Musik machst oder zulieferst oder Auftragsproduktionen machst, dann musst du natürlich Deadlines einhalten und das ist natürlich nicht immer leicht, weil manchmal hat man nicht so viel Inspiration, aber das, was Federico meinte, dann setzt du dich an deine Synthesizer und probierst ein bisschen rum und dann irgendwie meistens geht es dann doch und kommen manchmal die guten Sachen raus. Und dann machst du Und dann hast du schon ein Lied, weißt du? Genau. You can sample that. Ja, soll ich daraus einen Beat machen? Nein, ich würde dir fragen, weil du auch gerade das Thema Business so ein bisschen angesprochen hattest, wie ändert sich da so ein bisschen das Mindset oder die Strategie, wenn du so einen Song baust, ändert die sich oder gibt es dann einen Unterschied? Meinst du jetzt, wenn du eher im Zeitdruck bist? Auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt unter einem Label Zeitdruck ist, dass man dann sein Mindset wahrscheinlich so ein bisschen ändert. Also für mich persönlich, ich kann jetzt nicht für Federico sprechen, aber für mich ist halt, wenn ich einen Auftrag habe, dann weiß ich, ich weiß ja quasi schon, was das Ziel ist und ich weiß, wo ich hin will. Und da bin ich dann auch manchmal am Anfang nicht sehr wählerisch bei Sachen. Ich finde dann Sachen schneller cool zum Beispiel und ich verschwende nicht zu viel Zeit mit, ist das jetzt der richtige Sound? Das ist jetzt wirklich, brauche ich hier noch einen dritten Akkord oder das? Wenn ich es gleich am Anfang fühle, dann passt es da schon und ich bin dann schneller wieder beim nächsten Schritt, sag ich mal. Und dann wird schneller ein Gesamtbild raus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich nur hinsetze und einfach sage, ich habe jetzt Bock, heute mal Mucke zu machen und dann rumdrehe und rumspiele, dann weiß ich manchmal noch nicht genau, wo ich hin will. Und dann löschst du viel, viel mehr Sachen, die dir dann doch nicht so gefallen, die aber durchaus vielleicht verwendbar wären. Und man ist sehr viel wählerisch, wenn du jetzt quasi für dich, für dein eigenes Projekt Musik machst, finde ich jetzt persönlich, als wenn du eben einen klaren Auftrag zu erfüllen hast. Und tatsächlich finde ich, also ich mache Produktionsmusik für Fernsehen und Libraries nebenher auch. Und das sind für mich die geilsten Projekte eigentlich, weil ich habe jetzt, da mache ich alles von Vintage-80s-Pop über Soundtracks, über Hausmusik und es ist einfach total erfrischend, sich mal hinzusetzen, einfach anzufangen, loszulegen. Und diese Projekte waren jetzt für mich so, die coolsten, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, weil, also auch, ich bin sehr zufrieden damit gewesen, obwohl ich quasi pro Track weniger Zeit gebraucht habe, als für einen eigenen Track, sag ich mal. Und das ist manchmal, das ist manchmal sehr erfrischend, einfach was ganz anderes zu machen. Und das ist... Da gibt es so neue Musikrichtungen. Genau, und das ist das, was Federico mit dem Videospiel-Soundtrack macht. Er macht immer harten Drum-Bass und jetzt setzt er sich hin und hat jetzt für ein geiles Spiel, Superhot, gibt es auch bei Steam und so, ein richtig geiles Spiel, hat er quasi atmosphärische Drone-Tracks gemacht, die was ganz anderes mal waren. Und das ist einfach total erfrischend. Also, das ist... Kann ich jedem Musiker empfehlen, der auch mal in so einem Inspirationsloch hängt, einfach mal dann sich hinzusetzen und einfach mal was komplett anderes zu machen. Und das macht einfach so viel Spaß. Einfach die Google-Bildersuche mal anschmeißen und schauen. Genau, und einfach mal gucken, hey komm, ich mach jetzt mal Musik für eine Wiese mit Baum. Wie würde ich das vertonen? Klingt erstmal ganz simpel, aber es ist eigentlich wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Ja, es ist einfach... Man entdeckt neue Seiten an sich auf jeden Fall. Ja, und bei mir ist es auch genau so. What he said. Das auch, vielen Dank. Vielen Dank. Das könnte ich nie... Schön, dass ich auch für dich sprechen wollte. Ja, genau. Das könnte ich nie besser sein. Ich wollte gerade noch anmerken, ich habe auch schon auf der Seite noch gesehen, du arbeitest mit vielen, oder hast bereits mit vielen, ja, Unternehmen, Unternehmen eben schon, Firmen, Brands eben zusammengearbeitet. Wie bist du darauf gekommen? Wurdest du zuerst kontaktiert oder hast du damals den Kontakt mit Firmen gesucht? Wie hast du dir dieses Netzwerk an Connections aufgebaut? Also zum Beispiel, wir haben uns jetzt über die Superbooth kennengelernt, aber wie hast du so dieses Netzwerk an Leuten aufgebaut? Also ich muss einfach ein bisschen, wie sagt man, was ich, wie ich das erreichen habe, das war einfach, ich suche noch die Worte, Entschuldigung, ein bisschen Geduld. Alles zu belastet sein. Ich bin immer, wie sagt man, Ehrlich. Ich bin immer ehrlich mit den Marken, wenn ich Lust auf ein Produkt habe, oder ein Produkt, wenn ich Lust auf ein Produkt habe, dann sage ich das einfach, also ich finde das super, darf ich das ein bisschen mitspielen, weiß nicht, Synthesizer, oder ich wollte das probieren, ich wollte das sagen, und dann kann ich einfach sagen, also okay, es muss, also ehrlich gesagt, also gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eine, wie sagt man, wie sagt man, Sponsorship auf Deutsch, Sponsorship, Kooperation. Ja, Kooperation. Ja, eine Kooperation zu machen, viele sagen ja, viele sagen nein, viele sagen vielleicht 50 Prozent, keine Ahnung, also ich muss das nicht tatsächlich sagen, das ist immer, für jede Marke ist es ganz anders, aber natürlich, was interessant für die Marken sind, für die Marken ist, Entschuldigung, was du nicht mit deinem Geld zahlen kannst, musst du mit Arbeit zahlen, weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel, du hast einen Synthesizer, der 3000 kostet, du hast nur 2000, und was kannst du, was kannst du diese Firmen bringen, die 1000 wert ist, zum Beispiel Videos, oder sind deine Videos, also sind deine Videos genau, wie sagt man, gesehen, also haben die Leute Interesse, an deinen Videos zu sehen, deine Videos zu sehen, haben die Leute Interesse, an deiner eigenen Marke, haben die Leute Interesse, wie sagt man, an deiner Musik, also bist du ein cooler Typ, oder bist du, oder bist du zu viel, die Beziehung soll nie, wie sagt man, parasitic auf Deutsch, Parasiten, you can't, you can't, you can't be a parasite, that's basically how it works, wenn du was geben kannst, und das genug für die Marke ist, dann kannst du was bekommen, aber das kommt, nach vielen, vielen, vielen Jahren, oder wenn du, wenn du auch, wenn du was echt, also krass machen kannst, vielleicht ist dieser Typ, boah, es hat super, es hat eine super Performance, mit einem Instrument gemacht, also, die Marken brauchen Leute, die, die, die Wert bringen können, das ist einfach so, also, dann musst du, dann musst du selber entscheiden, ob du das machen möchtest, oder nicht, musst du auch ein bisschen Zeit haben, das ist nicht, nicht einfach, aber es gibt auch viele Marken, die zum Beispiel, also, ich wollte nur sagen, ja, ich liebe diese Marke, ich habe diese Sinterseiser gekauft, ich habe diese Monitor, Abhörmonitore gekauft, und ich wollte einfach sagen, ja, ich liebe diese Monitore, und deswegen siehst du diese Marken da, es gibt vielleicht auch ein paar, vielleicht habe ich auch ein paar, zum Beispiel, Presets für Plugins gemacht, und dann bekomme ich die Sinterseisers, als NFR, also Not for Resale, das kannst du auch machen, du musst immer, wie gesagt, wenn du kein Geld geben kannst, oder wenn du kein Geld geben willst, es muss immer eine echte Kooperation sein, so muss das immer sein, also, wenn du nichts hast, dann vergiss es, du musst warten, du musst warten, du musst deine Marke noch bilden, genau, Stück für Stück, also, am Anfang hatte ich natürlich, also, auf jeden Fall keine Sponsors, auf jeden Fall, sie hatten das so, wer bist du? Das war einfach so, und dann, danach war ein bisschen mehr, also, ich bin so und so weiter, du kannst das hier finden, vielleicht ist das für dich interessant, also, auch nicht mit so ein bisschen zu viel, ja, ich bin der Zertronik, weißt du, also, du sollst mich auf jeden Fall Sponsor, also, es ist mir ein bisschen mehr, kommt einfach klar, also, ich mache so und so weiter, ich bin dieser Typ, ich mache diese Musik, also, wenn du Interesse hättest, also, dann würde ich mich freuen, ähm, wenn nicht, ist auch okay, also, ich liebe trotzdem, was du machst, also, du musst wie gesagt, ehrlich sein. Ja, das kannst du, das muss ich ergänzen, dazu sagen, also, Federico kann es auch super gut, ähm, eben auf Leute zugehen, denen genau sagen, was sie bekommen, wenn sie mit ihm zusammenarbeiten, und er ist halt auch kein Typ, der dann irgendwie leere Versprechen macht, weil, das ist halt einfach, er bekommt dann ein Produkt, und ist für diese Mark dann eben auch ein guter Botschafter, der sich da auch reinhängt und Videos macht, und das, das ist eben, glaube ich, auch, warum er so viele Sponsorships immer hat, weil man einfach sieht, okay, der bringt uns was, der ist cool, und sehr umgekehrt. Ja, ja, verständlich, sondern der auch dann irgendwie einen guten Gegenwert liefert, ne? Ja, genau, wir hatten bei unserem Podcast jetzt hier gerade eine kleine technische Störung, haben uns jetzt hier nochmal zusammengetroffen und werden jetzt einfach an der Stelle nochmal ein bisschen weitererzählen, hier bei dem Thema, und zwar waren wir beim Thema Fehler beziehungsweise ungenutzte Chancen, und da war meine Frage hier an euch, hattet ihr schon mal Momente, wo ihr vielleicht gedacht habt, okay, ich hätte diese Chance vielleicht nutzen können, die wäre vielleicht ganz gut für die Karriere gewesen, oder gab es so Fehler oder Sachen, die ihr im Nachhinein ein bisschen bereut habt? Ja, bei mir gab es das eigentlich, ich kann mich jetzt an nichts Bestimmtes erinnern, also ich habe eigentlich immer probiert, alles wahrzunehmen, was mir angeboten wurde, beziehungsweise was mir irgendwie Spaß gemacht hat, und deswegen, ich würde auch empfehlen, wenn du irgendwie auf was Lust hast, dann einfach machen, und dann gibt es auch nichts zu bereuen, im Nachhinein, außer natürlich, das war ein ganz schlimmes Projekt dann. Ja, okay, Ja, für mich ist es auch so, also einfach, natürlich kann man auch Möglichkeiten haben, die man nicht, wie sagt man, how do you say it, you're not taking advantage of some opportunities, wie sagt man das? Nicht so die Möglichkeiten nutzen. Ja, genau. Manchmal nutzt man die Möglichkeiten, manchmal nicht, also wir sind nur Menschen, wir sind keine Maschine, es gibt natürlich, vielleicht hat das mir auch passiert, aber ich versuche jedes Mal, aber ich versuche jedes Mal, alle Möglichkeiten zu finden, also ich versuche immer, es gibt immer eine Möglichkeit, in jeder Situation, für mich zu lernen, neue Leute kennenzulernen, und egal, egal, wenn man zum Beispiel, ich kann auch sagen, also, das war, das war ein Fehler, ich sollte das so, lieber so machen, aber dann lernst du davon, weißt du? Auf jeden Fall. Gab es irgendwelche Sachen, wo du gedacht hast, Mensch, im Nachhinein, hätte ich das mal lieber gemacht? Ja und nein, also, das ist interessant, weil zum Beispiel, ich wollte immer in Europa wohnen, und vielleicht kann ich sagen, also, meine erste Wahl war vielleicht Portugal, oder Tschechien, oder Italien, Spanien, aber ich bin nach Deutschland, wie sagt man, umgezogen, oder ich bin in Deutschland umgezogen, und ich dachte am Anfang, das war vielleicht nicht die beste Wahl, aber diese Tage, ich kann es bestätigen, das ist auf jeden Fall die beste Wahl, also, das ist mehr, deswegen, wir wissen nicht genau, wie, wie alles, wie sagt man, you don't know, how everything will develop. Also, ich denke, dass am Ende hier, vielleicht, vielleicht dachte ich nur, an meine Freunde, oder, kann man da Spaß haben, oder, oder hier, also, ich kenne nicht genau, wie das hier ist, also, ich bin ein bisschen mehr, also, ich kenne mehr Leute, die in Portugal wohnen, oder die in Italien wohnen, oder, und so weiter, Russland, aber am Ende, ich habe es auch gefunden, also, hier, habe ich auch echte, echte Freunde gefunden, und ich habe viele, viele, mehrere Möglichkeiten in Deutschland gefunden, auch für Pro Audio, und neue Kunden, und Leute, die, die Musik machen möchten, also, zum Beispiel, zehn Minuten hier von mir, also, ich wohne in Burscheid, das ist ein kleines Dorf, und ich sage immer, ich wollte lieber in Berlin wohnen, ich wollte lieber in Köln wohnen, das ist noch so, das ist noch der Plan, aber trotzdem, es ist sehr interessant, wie, also, wie Leben einfach ist, also, zehn Minuten von mir, ähm, ähm, findest du zum Beispiel die, wie sagt man, die Headquarters, also, die Hauptgebäude, how do you say this, also, die Hauptgebäude von Brainworks, und Plugin Alliance, äh, das ist keine Ahnung, also, und, ähm, ich, ich kenne, ich kenne dich jetzt, weil ich, viel vom FL Studio kennengelernt hatte, und dann, äh, Tom Appel, und dann und so weiter und so fort, und das, das war nur, und das, das war schon ein, ein guter Anfang, ähm, für, für neue, für neue Leute zu kennenlernen, für neue Möglichkeiten, auch, ähm, für Arbeit, und so weiter, aber ich, ich denke nicht immer so, weißt du, also, ich, ich bin nicht, ähm, also, ich kann nicht rausgehen, und, und dann denken, also, ja, heute finde ich, äh, 2000 neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen, oder so, man kann auch einfach sagen, ähm, ich wollte ein paar, ein paar Bierchen trinken, ich wollte neue, coole Leute kennenlernen, neue Freunde machen, ähm, und dann, ähm, findet man natürlich neue Möglichkeiten, weil es gibt vielleicht jemanden, der, der, wie sagt man, der, there is someone that knows someone, you know, und vielleicht redest du einfach, ja, ich, ich mag das, das halt, ich mag so und so weiter, ich möchte Musik machen, ich so, ich mache so, ich bin DJ, ich bin das, du, du, du redest einfach, ähm, ähm, ein bisschen, ein bisschen über, was du machen möchtest, äh, was deine, wie sagt man, what your passions are, aber das kann nur ein, ähm, ein, ein Gespräch sein, also, das muss nicht genau sein, genau mit, it doesn't have to be with the specific intention, you know, also, ja, auf jeden Fall, verstehe, also teilweise auch so ein bisschen über Umwege, würdest du sagen, hast du sowohl jetzt im privaten Bereich, aber auch so geschäftlich gesehen, auch im Audio-Bereich und so, äh, auch jetzt Erfolg gefunden, sage ich mal, ja, ja, da wo du jetzt wohnst, ich, ich finde es auch dann, dass es mehr authentisch ist, weißt du, wenn du einfach, äh, ein bisschen Spaß hast, und, äh, mit guten Leuten, ähm, ähm, wie sagt man, when you are surrounded with good people, guten Leuten abhängen, einfach, mit Leuten, when you are surrounded with good people, the good things, the good things happen, Daniel Wojcens wäre, das beste Beispiel, ja, 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 ich habe durch ihn auch ein paar Leute kennengelernt, und, wir sind ja beide durch einen gemeinsamen Freund irgendwie in Kontakt gekommen, und, ja, das ist einfach, sich einfach, wie er schon gesagt hat, äh, mit coolen Leuten umgeben, die gleichen Interessen haben, oder ähnliche, und einfach schauen, dass man sich ein tolles Umfeld irgendwie aufbaut, ein Netzwerk. Also, ist es dann so ein bisschen mehr privat, oder, wie seht ihr das dann, ist es dann so ein bisschen mehr der private Kreis, oder mehr der, beides, der geschäftliche Kreis? Ich finde, das verschwimmt voll, also, viele Kumpels waren am Anfang irgendwie Kollegen, sag ich mal, oder andersrum, also, viele Kollegen wurden zu richtig engen Freunden, mit denen man sich austauscht, gerade auch über Gear, oder, man macht dann kurz eine Session mal irgendwie zwischendurch, und man, da wächst man natürlich zusammen, wenn man im Studio zusammen ist, oder zusammen, also zum Beispiel, ich bin mit einem Kollegen von mir, der war am Anfang einfach ein Kollege, und ich bin mit ihm einmal zum ADE, also nach Amsterdam gegangen, Amsterdam Dance Event, und seitdem sind wir richtig gut befreundet, und sind auch noch zwei weitere Male da hingegangen zusammen, und, ja, und solche Sachen, da werden eben Kollegen zu Freunden dann, und das ist natürlich dann auch gut, auch fürs Geschäft, sag ich mal, weil, wie ja schon gesagt hat, Federico, dann kennt einer den, der kennt den, der braucht jemanden, der das kann, und so wächst dann eben ein Netzwerk. Ja. Jetzt nochmal, und nochmal auf meine Frage, die finde ich nämlich sehr interessant, also, gab es bei dir denn Momente, wo du vielleicht auch dachtest, hm, hätte ich mal lieber die Chance genutzt, die hat mich vielleicht da ein bisschen vorangetrieben, wo du dich so ein bisschen, ja, ich sag mal, geärgert hast vielleicht auch? Ja, aber du kannst nicht immer so denken, wie gesagt, ich war auch, am Anfang war ich immer so, und, äh, das Problem ist, die Leute können das merken, niemand mag das. Das ist auch das, was ich gefunden habe, also, besonders, wenn man mit, mit Marken arbeiten möchte, also, es ist, ja, es ist natürlich cool, die wollen wissen, äh, zum Beispiel, also, was, was dein Wert ist, ja, natürlich, aber, wenn du nur, deinen Wert, äh, zeigst, und nicht dich selber bist, dann, dann können, dann können die Leute das merken, und die wollen, die wollen nicht so arbeiten, also, ähm, wie gesagt, Daniel ist ein, ein gutes Beispiel, weil, ähm, ähm, also, wie sagt man, also, der Daniel ist einfach mein Freund, weißt du, der weiß so viele Geschichten, äh, über mich, äh, also, die bessere Geschichte, die schlechtere Geschichte, und wir sind trotzdem, also, deswegen sind wir noch Freunde, deswegen wollten wir, wir noch arbeiten, also, 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 natürlich ist auch seine, seine Musik super, ich finde seine Musik immer schön, immer, der, seine Schirme ist immer, ist immer, ist immer schön, so, der, der, der hat, der, der ist ein, ich sag mal, erfolgreicher Künstler, auf jeden Fall, aber, der kann, der, der, wie sagt man, der, der könnte auch ein, ein Arschloch sein, und deswegen würde ich nie mit ihm arbeiten, weißt du, also, wir arbeiten zusammen, ja, natürlich, wir beide, wir sind gute Künstler, wir, wir, wir kennen unser Business, und so weiter, aber, aber, der, der, der Hauptliche, wie sagt man, der Hauptgrund, ähm, unserer, unserer Beziehung ist einfach, wir sind Freunde, so. Genau, ja, erst Linie Freunde, das ist so. Genau, aber, das heißt, du würdest sagen, es gibt, ja, sag ruhig, gerne. Nö, alles gut, frag ruhig. Ich wollte, ich würde nur sagen, das heißt, ihr würdet sagen, dass es quasi immer Sachen gibt, die man nicht wahrnehmen kann, irgendwelche Chancen, ähm, aber man natürlich jetzt, das nicht so auf die Schulter nehmen muss, so doll. Bei mir ist es so, ich hab, äh, ich bin jetzt erst seit, ähm, einer kurzen Zeit, auf die, auf die gesamte Zeit gesehen, wo ich Musik mach, selbstständig, ich hab, oft, jetzt im Nachhinein quasi, was heißt, oft jetzt nicht, ich hab, ich hab mal bereut, sag ich mal, dass ich das nicht schon früher gemacht hab, weil es einfach für mich jetzt viel besser ist, so, aber dann auf der anderen Seite, hab ich's eigentlich dann doch nicht bereut, weil ich konnte in der Zeit mir eben, konnte ich andere Erfahrungen sammeln, hab andere Leute kennengelernt, und, ähm, das ist alles gut, letztendlich muss man immer das Beste draus machen, aus einer jetzigen Situation, und deswegen bereuen tue ich eigentlich gar nichts, so, also, vielleicht hätte ich manchmal ein bisschen mutiger sein können, vielleicht ein bisschen mehr noch auf Leute zugehen, gerade auch beim Amsterdam Dancing Event, da sind halt so viele Leute, also, Produzenten und so weiter, und da bin ich, da bin ich vielleicht ein bisschen manchmal zu schüchtern, sag ich mal, ähm, ich glaub, ähm, man könnte mehr auf Leute zugehen, einfach direkt, sag ich mal, aber, vielleicht ist das ja auch so eine Erfahrung, die man einfach dann mitnimmt, und dann fürs nächste Mal weiß, okay, ich geh mehr vielleicht auf Leute zu, und über, ich sag mal, überwinde mich da einfach vielleicht auch. Ja, genau, also, das hab ich mir auch so gesagt, wenn ich jetzt mal wieder, so, ähm, die Gelegenheit, Gelegenheit hab, mit irgendwelchen Leuten zu reden, die mich mega interessieren, oder wo ich denke, da könnte irgendwas, ähm, eine gute Zusammenarbeit entstehen, mach ich das auch in Zukunft, aber, das sind jetzt nicht so richtige Sachen, die ich richtig bereue, aber, wer weiß, was, was ich da hätte ergeben können, aber, ja, weiß man ja nicht. Ja, verstehe ich, ja. Wir hatten noch über eine Sache gesprochen, die fand ich auch sehr, sehr interessant, äh, das hatte, äh, auch gerade Federico angesprochen, und zwar so ein bisschen dieses Geben und Nehmen, ähm, ähm, ja, generell, im Musikbereich, äh, wie ist das so ein bisschen aufgebaut? Ich würde es mal gerne noch, dass es vielleicht so ein bisschen wie gestern so wiedergibt, das war nämlich sehr, sehr gut geschildert auf jeden Fall, also, dieses Verhältnis dazwischen, auch gerade mit Leuten, die man vielleicht noch nicht so gut kennt. Genau, ich, ähm, ich, ähm, ich finde es schwierig, wenn man, also, also, auf der einen Seite gibt es Freunde, für die man mal einen Gefallen tut, oder Freunde tun einem Gefallen, oder neue Kunden kommen, oder so, und man muss aufpassen, dass man sich zu, also unter Wert verkauft, sag ich mal, ähm, gleichzeitig aber auch irgendwie die Balance finden, ähm, abzuwägen, ob das jetzt nötig ist, meinem Kumpel, äh, was für einen relativ kleinen Aufwand, sag ich mal, abzurechnen, oder ob ich dem das jetzt einfach mal so mache, und dann diese Belohnung quasi irgendwie später mal wieder kommt, oder so, weil, ähm, es ist wie gesagt, wie ich, wie ich gerade schon gesagt habe, so ein Netzwerk ist mega cool, das zu haben, und ich finde, je mehr man, ähm, also, gibt, desto mehr bekommt man auch, letztendlich, also, es ist nicht immer, ja, ein Muss, dass man immer was zurückbekommt, finde ich gerade auch bei Freunden, also, aber, ähm, meine Erfahrung zeigt, je mehr man, ähm, also Gefallen anderen auch mal tut, dann kommt auch was zurück, oder man wird weiterempfohlen, und ich habe zum Beispiel, äh, einen Kumpel aus London, der mir oft Gitarren einspielt, weil er einfach ein sehr guter Gitarrist ist, und dem, dem bezahle ich natürlich immer auch was dafür, ähm, weil, äh, er es auch super aufnimmt, und eben mir da echt eine Hilfe ist, und jetzt neulich hat er mir, ähm, vier Akkorde aufgenommen, das waren nur, nur, wirklich Kleinigkeiten, also, es war so eine Akkordfolge, und dann hat er gesagt, hier, kriegst du umsonst einfach, und ich hätte ihm natürlich auch Geld dafür gezahlt, aber das hat mich dann sehr gefreut, dass er es einfach auch so, so mir einfach kurz, äh, eingespielt hat, und das ist natürlich, das bindet natürlich auch in, in, in so einem Netzwerk, nicht an irgendwelche Leute, weil er ist und bleibt eben mein Gitarrist, der, der mir Sachen einspielt, und das ist so, sowas bleibt dann natürlich auch im, im Hinterkopf, wenn man auch anderen mal einfach so einen Gefallen tut, ohne jetzt gleich was zu erwarten, ist aber, wenn man so wie Federico mit Marken zusammenarbeitet, ist wahrscheinlich nochmal was anderes, weil, genau, aber, genau in diesem Freundesnetzwerk, sag ich mal, gern, muss man eben auch aufpassen, dass man nicht zu viel umsonst hergibt, dann irgendwann, weil sonst, es gibt halt Leute, die nutzen das dann vielleicht auch mal aus, oder so, und dann kommst du da nicht mehr raus. Ja, ja, auf jeden Fall, ich kann dir zustimmen, wie ist das vielleicht jetzt bei jemandem, der vielleicht gerade so am Anfang steht, und vielleicht jetzt noch nicht dieses, ein Netzwerk hat, der sich vielleicht sowas gerade aufbauen möchte, oder auch gerade diese Verbindungen zu Leuten, wie wäre da vielleicht so eine schöne Vorgehensweise? Boah, das ist eine gute Frage, ich finde, das ist nämlich genau so ein Ding, das ist, du möchtest ja, also, es könnte natürlich auch ein bisschen unprofessionell wirken, wenn du jetzt irgendwie einen Kunden hast, und sagst, ja komm, mach ich es umsonst, weil das wirkt dann so ein bisschen, als hättest du keine Erfahrung, weil, gute Arbeit wird natürlich bezahlt, und wenn du dich gleich, so ganz, also, kostenfrei zur Verfügung stellst, dann bist du natürlich auch gleich von Anfang an der, der etwas sehr billig oder kostenfrei macht, und das möchtest du natürlich eigentlich auch nicht am Anfang, deswegen finde ich, es ist eigentlich, glaube ich, besser, also gerade, wenn du einen professionellen Weg gehen möchtest, ist, dass du am Anfang niedrigere Preise hast, und dann eben schaust, wie es sich entwickelt, und dann deine Preise irgendwie anpasst, aber ich würde auf jeden Fall nie so Dumpingpreise machen oder so, weil, das ist auch den Kollegen gegenüber nicht fair, sag ich mal, weil es verwässert auch den Markt ein bisschen, deswegen lieber am unteren Limit ansetzen am Anfang, Erfahrung sammeln, und dann gegebenenfalls Preis steigern, aber was man natürlich machen kann, ist, man kann natürlich, jetzt mal angenommen, du möchtest Tracks mischen oder so, kannst du natürlich anbieten, ich mache drei Tracks, und rechne nur zwei ab oder so, für das erste Projekt oder so, und dann kannst du so natürlich auch irgendwie Kunden binden, wenn es denen dann gefallen hat, und beim nächsten Mal zahlen sie dann halt eben voll oder so, irgendwie so, muss jeder für sich irgendwie rausfinden, es gibt glaube ich auch keine richtige Antwort da, also, ja. Federico, wie ist es bei dir, wie siehst du das? I am a little lost, also wie gesagt, mein Deutsch ist nicht immer 100% gut, also ich habe vielleicht 50% verstanden. Alles nicht so schlimm, ich hatte so ein bisschen gefragt, was denkst du jetzt, wenn jetzt jemand gerade noch am Anfang steht, und gerade so sein Netzwerk aufbauen möchte, was ist so der beste Weg, wie man das so machen kann, also ohne ausgenutzt zu werden? Ja, also dann, okay, dann jetzt verstehe ich genau, warum der Daniel darüber gesprochen hat, also, ja, am Anfang kannst du das einfach, kannst du das immer tun, aber, das ist auch schwierig, weil, ich habe, ich habe einmal gehört, the only thing, that a free gig will get you, is another free gig. Exactly. es ist auch, man muss sein Wert wissen, einfach, wenn, also, und das ist immer, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, also, mit Business und so weiter, ich sage immer, also, ich weiß genau, der Anfang und das Ende, der Sardonic-Name, ne, also, ich weiß genau, was das ist, und was das nicht ist, ist, auf jeden Fall, ich kann nicht, ich kann nicht verkaufen, was ich nicht habe, aber ich will nicht auch kostenlos geben, was ich, was ich verkaufen kann, so, ja, deswegen, vielleicht gibt es, vielleicht hast du manchmal Möglichkeiten, also, zum Beispiel, wenn Metallica kann mir sagen, also, wir wollten einen Remix machen, und dann vielleicht soll ich einfach sagen, ja, 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 auf jeden Fall, kostenlos, nee, nein, warum, die Metallica haben viel Geld, weißt du, wir haben Geld, also, ja, das wäre natürlich eine super, super Möglichkeit für mich, dass wir natürlich mir, wie sagt man, ähm, oben bringen, weiß es nicht, und vielleicht, viele andere Leute, ähm, ähm, können jetzt mich hören, was das wäre, eine Investition, nein, die Metallica haben viel Geld, die wollen einen Zardonic-Remix, dann müssen sie zahlen, so ist es, also, und es gibt auch viele Marken, die genau das sagen, ähm, es gibt, es gibt auch ein paar Marken, ich, wenn ich, ähm, versuchte, ein bisschen, ja, gesponsert sein, bei ein paar Marken, die haben gesagt, wir machen das nie, weil die Leute, die wir als, die wir gesponsert haben möchten, sind genau die Leute, die genug Geld haben, unsere, unsere Produkte zu kaufen, also, fair, das ist auch ein, ein guter, wie sagt man, der, das Punkt, ein gutes Punkt, oder ein guter Punkt, ein guter Punkt, genau, okay, ein guter Punkt, ja, so, deswegen, das ist, das muss man entschieden, genau, wie sagt man auf Deutsch, eine Case-by-Case-Basis, muss man eben von Fall zu Fall entscheiden, oder, genau, von Fall zu Fall entscheiden, also, du hast, vielleicht hast du eine super, super gute Verbindung mit, mit jemandem, dass du einfach, so, dass du denkst einfach, ja, dieser Typ ist sehr, sehr cool, und der macht gute Musik, und der hat keine Follower, und so weiter, also, Alter, ich möchte mit dir Musik machen, wir haben vielleicht nicht so viel Geld, aber wir können dir was geben, und du willst auch ein bisschen mehr Promotion, dann machen wir das, oder vielleicht sagst du, vielleicht kann das auch, wie sagt man, it also can happen the other way around, maybe, someone knows you, and they want to give you something, that is worth more, than the worth you can offer them, but sometimes, there is also people being generous, you know, wie der Daniel gesagt hat, das muss man, und Case-by-Case-Basis nochmal, wie sagt man das? Entscheidend. Bei jedem Fall entscheiden. Ja, so ist das. So. Ja, auf jeden Fall, es ist eine sehr schöne Ansicht, also ich fand es nochmal schön, dass du es nochmal genauso gut gesagt hast, das heißt, man muss auch vielleicht dann wieder ein bisschen aufpassen, dass man nicht von irgendwelchen Leuten, die vielleicht größer sind, gerade im Business, sich da ein bisschen, ja, ausnutzen lässt. Ja, genau, das ist, also es ist natürlich sehr verlockend, sag ich mal, wenn du jetzt einen großen Künstler hast, der dir irgendwie eine Plattform bietet, aber dich dann auch gleichzeitig ausnutzt, dann denkst du dir auf der einen Seite, klar, für mich ist es tolle Werbung, aber auf der anderen Seite, es ist natürlich auch unfair, weil er ja quasi dir, also du machst ja quasi ihm, also du arbeitest ja quasi auch daran, und dann solltest du auch fair entlohnt werden und, also das gibt es schon öfter auch, also ich mache auch Vocals und so weiter und da gibt es schon oft Leute, die dann den Preis irgendwie dampen wollen und sagen, ja, es ist ja nur, musst du ja nur kurz einsingen quasi, aber so ist es ja nicht, also es ist ja, die Stimme ist ja trotzdem da, der ist ein großer Bestandteil des Songs, also muss es auch entsprechend dann entlohnt werden. Auf jeden Fall, ja, stimme ich dir ganz zu. Ich glaube auch gerade, was auch, ich weiß nicht, ob Daniel das jetzt gesagt hätte, oder auf jeden Fall, wurde es gerade schon so ein bisschen erwähnt, dass quasi der Marktwert ja auch durch zu geringe Preise, wenn die konstant auftreten, ja auch ein bisschen sinkt, oder? Also wenn jetzt jemand, weiß ich, einen Song für fünf Euro abmischt immer, dann ist das der Standard, so nach dem Motto. Ja, das ist halt, also ich bin auch Voice-Over-Artist und da gibt es eben, es gibt auch Sprecher, die dann sehr billige Preise haben, sag ich mal, obwohl sie eigentlich sehr, sehr gut sind und eigentlich normale Preise abrechnen sollten und das ist natürlich dann für irgendwelche Agenturen dann verlockend, einen sehr guten Sprecher für einen super billigen Preis zu buchen, aber gleichzeitig gucken halt andere in die Röhre, die sich eben an so normale Preise halten und das ist halt, das ist halt Preis-Dumping einfach und ich finde sowas ist immer den Kollegen gegenüber nicht gut. Also klar, man kann mal ein Angebot machen oder so, aber wenn man dann, wie du schon sagst, standardmäßig niedrige Preise hat, ist das, das ist weder dir eine Hilfe, noch den anderen. Auf jeden Fall. Und vor allem, das ist jetzt, beide seid nicht so praktisch. Genau, und vor allem, du kommst auch nicht mehr raus, weil wenn dann irgendwann sagt, hey, ich bin doch eigentlich voll gut und er erhöht seinen Preis um das Zehnfache, was dann so der Normalpreis wäre, dann würden die sagen, hey, warum bist du plötzlich so teuer, war doch immer so billig. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich bei zu niedrigen Preisen. Deswegen, know your worth, wie schon Federico gesagt hat. Auf jeden Fall. Ich muss sagen, das finde ich jetzt auch irgendwie ganz schöne abschließende Worte. Erstmal nochmal euch jetzt hier nochmal offiziell im Podcast. Vielen Dank, dass ihr mit dabei habt. Gerne, danke. Dass ihr euch nochmal Zeit genommen habt. Man muss ja dazu sagen, wir haben jetzt hier, wie gesagt, den zweiten Teil nochmal aufgenommen. Also vielen Dank, dass wir uns hier nochmal zu dritt nochmal finden konnten. Das war jetzt ja mehr so auch so im Bereich, eigentlich auch gerade jetzt im ersten Teil, ging es ja mehr auch um Sardonyx so und ich würde mich auch nochmal gerne über dich, Daniel, auch nochmal freuen, wenn du Lust hättest, nochmal beim Podcast mit dabei zu sein. Hatte ich ja schon letztes Mal ein bisschen gesagt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir uns da irgendwie einen Termin oder so suchen könnten. Sehr gerne. Bin ich dabei. Und du hast ja noch, das lassen wir hier nicht raus, er hat ja gerade schon gesagt, er ist ja auch Voice Artist. Ja. Und er hat letztes Mal so wunderschön den FFlo Podcast angesagt mit der wunderschönen Werbestimmung. Ja genau, du musst das wieder machen. Das muss er nochmal machen. Okay, welcher Satz darf es denn sein? Was darf es denn sein? Einfach Musik machen. Einfach Musik machen. Ein Podcast mit der FF... Wie sagt er das? Ah ja. Der coolste Podcast. Einfach Musik machen mit FFlo. Ich danke euch. Oh Mann, ich danke euch. Okay, Sardonek, willst du noch was sagen? Abschließend, oder? Ja. Nee, also ich wollte einfach Danke sagen. Also vielen Dank für die Einladung. und ja, es tut uns leid, dass die erste Aufnahme ein bisschen, wie sagt man, beschissen war. Abgebrochen. Abgebrochen. Abgebrochen war. war alles super, alles super, alles super. Entschuldigung, ich muss mich entschuldigen, ich habe nur die schlechten Worte gelernt. Der Daniel versucht das jetzt zu reparieren, aber der zeigt mir jetzt die, wie sagt man, die Profi-Worte. Die Profi-Worte, genau. Also ja, aber wir freuen uns auf jeden Fall, das wieder zu machen. Also wie gesagt, wir wollten dich nicht, wie sagt man, ohne, wie sagt man, we didn't want to leave you without closure, ohne Abschluss, ohne. Ja, auf jeden Fall, ja. So, deswegen sind wir hier, also ich freue mich auch, weil der Daniel Zeit hat, das zu tun und ja, ich vermisse ihn schon, muss wieder herkommen, muss mich noch wieder herkommen. Ich komme wieder zurück, ja. Alles klar, alles klar. So, Flo, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung und ja, sag Bescheid, wenn das fertig ist und wenn du noch Lust hast, können wir immer mehr machen. Gerne, gerne, ich freue mich. Dann, ja, cool. Macht's gut, ihr Lieben. Dann, ciao. Dann haut rein. Bis dann. Tschüss.